Servus Freunde des schlechten Geschmacks ohne Seichen ohne Haltung und Willkommen zurück zu Hogwarts Legacy Ja das war eine sehr anstrengende 5 Stunden Session beim letzten Mal Also für mich war das gestern Also wenn ihr bis hierher geschafft habt auf YouTube dann muss ich ganz ehrlich sagen Respekt Wirklich Respekt Muss ich ganz ehrlich so sagen Großes Respekt Schon wieder fertig Weil das war echt Oh das war wirklich anstrengend Also nicht nur für euch Aber auch für mich wie nix gut ist Das kann ich euch sagen Ja heute machen wir ein bisschen Haupt Heute machen wir ein bisschen Haupt Questtechnisch was Ich bin jetzt natürlich dazu geneigt die letzten beiden Demigeist Statuen zu sammeln Aber die sind irgendwo hier Wo ist voll? Ist voll Mega Powertank ist voll Und Donner Lürfte noch nicht voll sein Ne Jetzt ist voll Okay dann mach ich mal noch einen davon Zack Und hier Oh cool Aber eh du es dran können Okay nice So Wir haben noch freigeschaltet Haben wir das durchgeguckt Inventartechnisch Sieht so aus Und ausgerüstet haben wir auch anscheinend Dann würde ich behaupten Wir gehen mal verkaufen Wir gehen mal verkaufen Jetzt weiß ich gar nicht Ist es jetzt Nacht oder Tag? Das ist eine gute Frage Ja ich fang schon wieder mit diesen scheiß Statuen an Ich weiß Es tut mir leid Kann da auch nix für Kann man hier irgendwo rausgucken? Man weiß ja nie Ist es jetzt hell oder dunkel? Servus Also hier scheint akut gar nichts mehr zu sein Aber hier gab es auch noch dieses Glockenspiel irgendwo ne Was wir glaube ich schon vermurkst Was 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 wir Ja genau wir Was wir schon vermurkst haben Aber Sorry ich weiß gar nicht mehr wo das war Hogwarts ist so scheiße groß Das kannst du voll vergessen hier Dass ich hier irgendwas irgendwie irgendwann wieder finde Hier hat irgendwas geplinkt jetzt Ich weiß aber nicht was Irgendwo da Also wahrscheinlich irgendwo da oben Hier ist auch noch irgendwas mit Astronomie Was wir noch nicht nutzen können Das Ding hier glaube ich ne Und es ist gerade tags Das heißt Warte mal Ich kann es nicht lassen Es tut mir leid Ich wollte es nicht Ich will es wirklich nicht Aber es sind noch zwei Statuen Dann haben wir zumindest Schlösser knacken auf Stufe 3 Dann können wir alle Schlösser machen Und hier sind ja noch irgendwie Neun Statuen Oder so Was klingt denn hier Irgendwas ist doch hier Ach So ein oldes Handbuch Okay das benutzen Ich finde das schade Dass sie die Dinger hier nicht benutzen können Aber es ist gar nicht dunkel Wieso ist das jetzt nicht dunkel? Wo ist eigentlich hier hin? Achso Ja das war das hier Okay Ja Wie wär's denn Pass auf Ich wirf mal eben Google an Ja Ich mein wir wissen nicht alle Aber die beiden zumindest noch Hogwarts Legacy Demigeus Monde So Alle Beim Sumpf an der Nordfurt Im Tal Region südlich Wir haben ja alle Uns fehlen ja eigentlich nur die in Hogsmeade Im Tal von Hogsmeade Ja das hier In Upper Hogsfield Das ist nicht Hogsmeade So Nummer 6 Okay Ich glaub die haben wir noch nicht Pass auf Wir Pass auf Okay wir machen das jetzt mit Google Dann dauert das nicht so lange Ja Hallo Controller Okay der Controller hat eindeutig ein Verkabelungsproblem wie mir scheint Hallo Moment Ich find das Loch nicht Wo sie denn Wo sind das Jetzt So Pass auf Karte von Hogsmeade Und zwar hier soll eine drin sein Wir machen das mal eben schnell Und da ist noch eine Kiste Mit dem Schloss Komm wir da rein Nein Natürlich nicht Wäre auch zu einfach Dann lass uns mal schnell Hier in dem Schuppen soll nämlich eine sein Oder haben wir die schon Ich fragte mich schon wann wir uns wiedersehen Ne Die haben wir noch nicht So warte Jetzt muss ich einmal abbieten Dann kann ich auch gleich meinen Scheiß verkaufen Dann kann ich ja auch gleich meinen Kram verkaufen Jetzt machen wir das schon wieder mit den Sammeln hier Ich bin halt auch unbelehrbar So Aber hier haben wir jetzt glaub ich nur noch eine Übung So Jetzt verkaufen wir erstmal den ganzen Mist hier Boah War ja richtig viel Kohle Ja gut Wir haben jetzt aber auch viel gesammelt Also wir haben ja wirklich die letzten 5 Stunden Also es müssten 10 Folgen gewesen sein Circa Vielleicht 11 Vielleicht 9 Immer plus minus Wir haben nur gesammelt Wir haben ja nichts anderes gemacht Ich stell mir das halt jetzt schwierig vor Hier in Hogsmeade alle zu finden Weil Jetzt ist glaube ich nur noch eine über Lassen Sie mich wissen Ach hier kann ich auch gar nicht weiter raus suchen Oder Ne noch 2 Okay Also die haben wir Also die haben wir Ich glaube die haben wir auch nicht Ähm Müsste hier sein Ne Da haben wir glaube ich auch nicht drin Ich kann mich zum Glück an die meisten Hoffe ich erinnern Die wir hier gefunden haben Ja gut Die ganz markanten Orte Die haben wir natürlich gar nicht abgesucht Willkommen im Eberkopf Servus Und da ist sie Zack So dann So dann Müsste hier Aber ich glaube ich glaube die hatten wir schon Was ist ein Glück Das ist ja auch kein Wegpunkt besetzen kann Was man stattdessen immer wieder auf die Karte gucken muss Oder kann ich einen Wegpunkt Ja hier eigentlich schon Ah Ich drücke A Aber es passiert nichts Geht nur so Das ist ja toll Also hier wieder die Gasse zurück Das müsste Da müssten wir aber glaube ich drin gewesen sein Wenn dann hier Mit dem zweistufigen Schloss Ne Ja Müsste hier sein Aber hier waren wir schon Okay Warte Ja Hier waren wir schon Die haben wir ja Dann Neben dem Laden von J. Pippins Ach ja Ach ja Also Hier ist Pippins Und dann daneben Das weiß ich nicht Ob wir die schon haben Das wäre dann hier Aber die haben wir anscheinend schon Weil hier sollte eigentlich auch Ein Schloss dran sein Mh Und drei Besen waren wir schon Östlich von drei Besen In dem Haus Das war das drei Besen Und dann in Dem hier Also müssen wir einmal da hin Oh Da drinnen ist noch Darf ich mal Irgendwie hier ist auch noch Wahrscheinlich oben Da hinten Noch eine Handbuchseite Und das war es dann hier auch So Dann können wir nämlich die nebenbei noch mal eins So pass auf Äh Das ist das drei Besen Das müsste dann Hier sein Das hier? Nö Wo ist es denn Das müsste Eigentlich das hier sein Nee Hinter mir jetzt Also das Oh hier drinnen Dann waren wir noch nicht Wird aber auch nicht angezeigt Du gehörst mir Demi Guys Also auf jeden Fall hier Und ich glaube Damit haben wir alle hier Oder Habe ich jetzt noch einen Nein Wir haben alle Nice Und hier ist ein Auftrag Mit Uth Kurz Helm Habe ich den schon Ach Ach so Das Ding Ja Okay Gut Damit haben wir das Dann können wir einmal zurück Zu dem Hausmäusel So ich weiß Dass das hier eine Flohflamme ist Ach warte mal Vielleicht falscher Gebote Trakt Jawohl Du musst nämlich die hier nehmen Und dann haben wir nur noch Hogwarts Hobbsmeet Arrangiere Lone Hogsfield Demi Guys In Tal Feldcroft Kappenherrenhaus Crackcroft Shire Demi Guys Monde In Hogwarts Hallo Mr. Moon Ach sein Ich habe tatsächlich Herrje Sie waren ja fleißig Unglaublich Vielen Dank Sie sind bereit Für die letzte Alohomora Lektion Mit dem Wissen Wird sie kein Schloss Mehr aufhalten Sie haben alles getan Worum ich gebeten habe Ich wünschte nur Ich wüsste wer diese Statuen Aufgestellt hat Ach Wenn sie weitere finden Können sie sie gerne Entfernen Sie erweisen ihrem Hausmeister Damit einen großen Dienst Und wenn ich je erfahre Welcher Tyrann hinter diesem Grausamen Streich steckt Lass ich es sie wissen Nochmals vielen Dank Für ihre Hilfe Und ihre Hartnäckigkeit Jetzt Da sie Alohomora Beherrschen Bleibt ihnen nichts Verschlossen Aber suchen sie Weiterhin Demi Guys Statuen Und entfernen sie Die Monde Okay Warum sollte ich das Jetzt tun Ich meine Ich habe doch Ich würde keinen Sinn Hof des Uhrenturms Da sollen wir anfangen Wo sind das Müsste hier sein Jawohl Wie gut von Hogwarts Gibt es ja keine Detailte Map So wir sollen jetzt Und lauft direkt Rechts neben der Flamme Durch die Tür Nach draußen Rechts neben der Flamme Durch die Tür Nach draußen Im anderen Gebäude Die Stufen runter Dann nach links Bis ihr Stufe 1 Tür Stufen runter Und dann nach links Stufe 1 Tür Das ist das abgesperrte Bereich Also hier Aber eigentlich noch was mit dem Autoknacker Oder